Er hat ein langes Kreuz gekriegt und dann ist der Heilige Vater gekommen und ihm hat das dann auf die Schulter gekriegt und der Heilige Vater hat es mit zwei Armen umarmt, also mit zwei Händen. Und dann ist Mutter Gottes und der Heilige Josef gekommen, ganz in weiß, Mutter Gottes hat die linke Hand vom Heiligen Vater gekommen und der Heilige Josef die rechte Hand. Und dann sind die Vornausklopfer so im Gänse-Schritt und mit dem Heiligen Vater des Kreuzes, also in den Pfiat und Erzkreuzsager. Und dann sind ganz viele Menschen gekommen, weiße, schwarze, braune, gelbe, die chinesische Farbe, alle Ratser und sind mit dem Heiligen Vaterklopfer. Und das sind wir, wo treu zu umstehen und mit dem Helferskreuz war er die heilige Kirche. Diese Erscheinung war am 2.8.1999. Im grauen Kleid Ganz traurig schaut er auf jedes von uns Jetzt wird er gefesselt Oh Heiland, er bahnt dich Jesus des Kreuzes in eurem Rosenkanz Zeiget um unsere Liebe Jetzt wird er gegeiselt Ach Gott, schlaget er auf den Hand Das Eiland hat er warmen mit uns Ich lieb zu Gott mein ganzes Herz Oh, mein liebziger dieser böse Schmerz Weil ich erzählt den Hechtes Blut Oh, wasch mich rein in deinem Blut Oh Heiland, wir haben gesinnt Die vier gegenüber Lieber, hab Erbarmen mit uns. Ach, ich werfe dir auf den Boden und schlage die Ufer. Nein, ihr könnt euch nicht vorstellen. Oh, Jesus, was hast du für uns Gutes getan und wie schlagen wir dich. Lamm Gottes, du nimmst den Weg, die Sünde der Welt. Erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst den Weg, die Sünde der Welt. Erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst den Weg, die Sünde der Welt. Erbarme dich unser. Oh, Jesus, ich schlage noch immer auf uns zu mit ganz großen Rudern oder Rehme. Jesus, wir lieben dich. Wir beten dich an. Wir lieben dich. Wir beten dich an. Wir beten dich an für die Seele, die dich nicht mehr anbeten. Oh, Heiland, gefesselter Heiland, hab Erbarmen mit uns. Ach, wenn ihr den Heiland sehen würdet. Ganz traurig, ich ach. Ich glaube, dass er heile tut und wird geschlagen von allen Seiten. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich danke dir, Herr Jesus Christ, dass du für uns gestorben bist. Ach, lass dein Not und deine Pein an deinen Menschen verloren sein. Heiland, Elisabeth, mein Gott. Rette uns durch dein heiliges Blut. Sei so gut, mein liebster Jesus, sei so gut. Jetzt steht er vor uns. Jetzt herrte er oft mit Schlage. Aber er steht da. Ganz zusammen geschlagen. Oh, Jesus, wir lieben dich und beten dich an. Oh, Jesus, wir lieben dich und beten dich an. Und jetzt licht er jedem zwei Augen in dem ganzen Zimmer rum. Oh, Jesus, wir lieben dich und beten dich an. Oh, Jesus, wir lieben dich und beten dich an. Und jetzt geht das Bild weg. Und jetzt kommen wieder die zwei Herzen. Oh, heil sind sie neunsten. Weiß wie schön. Und jetzt kommt der heilige Ängste. Ach, ist der schön. Und da steht vor die zwei Herzen noch. Oh, heiliger Josef, du Vertron der heiligen Kirche. Bitte für uns. Und jetzt hat der heilige Josef ein ganz großer Rosentranz in der Hand. Und an dem großen Rosentranz sind lauter Rosentranz dranwunden. Es scheint so, wie wenn so eine Kette wäre. Ob das nicht die Kette ist, wo der Satan gebunden wird. Heilig, ach, ist das so viel. Die zwei Herzen stehen wunderbar da. Und der heilige Josef steht vor uns. Ganz viel Rosentranz hat einen großen Rosentranz. Jetzt gibt es uns der heilige Josef das Selbe. Und jetzt kommt was aus den Herzen. Das sind die zwei Hände von Heiland und von der Mutterkunde. Ach, ist das schön. Jetzt kriegen wir von allen drei die Säge. Ach, ist das schön. Ich mache es laufen ins Kreuzzeichen. Meine liebe Familie, verkeh es gut für so große Gnade. Und jetzt schlacht der heilige Josef. Verkeh es gut, heilige Josef. Für die große Gnade, die hast du uns erbittet. Diese Erscheinung war am 23.08.1999. Ich krieg ein Bild. Wunderbar. Der Heiland hat ein Kelch in der Hand. Ein leustender, goldener Kelch. Ich sieh nur seine Hände, wie er ihn tragt. Und über dem Kelch schwebt eine schneeweiße Hustle. Oh Jesus, wir beten dich an. Oh Jesus, wir beten dich an. Jedes Bild steht ganz vor uns. Leuchtend, leuchtend. Und jetzt geht der Kelch weg. Und jetzt geht... Ach, hier. Und jetzt gehen die Engel zu jedem hin. Durch die Reihe gehen die Engel. Die sitzen bei jedem auf der rechten Schulter. Dort links von mir sind schon alle fertig. Jetzt kommen die Engel her zu uns. Ach, ist das schön. Und jetzt gehen die Engel vor zu euch. Und jetzt gehen sie raus in den Gang. Ach, ich seh sogar am Gang und in der Kiste. Eberach, ach, ist das schön. Die ganze Engel. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Jedes hat einen Engel auf seinen Schultern. Heiliger Schutzengel mein, lass mich hier im Wohlen sein. Lass mein Herz und Sinten rein, als sei Gott gefällig sein. Führ den Licht an deiner Hand, in das himmlische Vaterland. Lass meine Tat den Vater vor, eins durch alle Engel vor. Amen. Ach, ich seh, jedes hat einen Engel auf seiner rechten Schulter. Begrüßt ihn ganz herzlich. Und dann ist noch umgrund Stranz rum. Ich seh halt auch ganz umgrund Stranz. Umgrund Stranz rum sind alle noch ganz viele Scharen von Engeln. Sanktus, 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 Ominus Deo Savao, Nenis uncredi des Havans, Voreiatura, Horsana in Eccensis, Nenbitus, Sireni, Horsana in Eccensis, Sanktus, 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 Nenbitus, Ominus Deo Savao, Nenis uncredi des Havans, Voreiatura, Horsana in Eccensis, Veneritus, Sireni, Nenbitus, 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 Horsana in Eccensis, Sanktus, Sanktus, Nenbitus, 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 bei uns, sie sind immer noch bei uns und die Engel, die bei uns waren, die sich mit unserem Kopf ganz tief verneiden, denn jedes hat unser Kopf schon nach dritt, ganz tief verneiden vor dem Heiland. Und jetzt kommt der Erzengel, der Michael ist sehr schön, aber er hat ein großes lange Schmerz. Heiliger Erzengel, verteidige uns im Kampf gegen die Blosheit und die Nachbindung des Teufels. Seid unser Kind, Gott gebiete ihn, so bieten wir plähend dich. Du aber führst sein Himmel in den Namen, stürzte den Satan und die anderen bösen Geister, die in der Welt umhergeben, um die Seelen zu verheben, durch die Kraft Gottes nach in die Hölle. Amen. Du mal jetzt beten, stürzte den Satan und dann hat er mit dem Schwert ganz eigener geschlagen. Oh, ist der Schee, ein ganz großer, wirklich ein großer Engel. Und um und rum sind ganz viele Engel, die Stare von von, wo am Heiliger Michael anvertraut sind. Und unser, das sind unser Schutzengel, wo auf uns sitzen. Die sitzen immer noch bei uns. Oh, sagt doch ein schönes Geister der Engel, wo man zingekendet. Geister der Mann, für die Stare von euch. Geister der Mann, für die Stare von Gott. O Engel rein, o Christa mein, du Lücher meiner Seele, lass mit dir an dem Wohlen sein, das Lied vor Gott nicht fehlen, bei hellem Tag, bei pinstern Nacht, sei nicht, lass in mir scheinen, halt über mich, ihr Treue, lach, mein Herzchen nach dem Deinen. Ganz jell und demonstrant, drum ist eine Jelle, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Frau Karin seht auch das hellig. Und jetzt kommt, ich nehm an, dass der Erzengel Gabriel ist. Ja, da steht Schrift, Engel Gabriel, o See, und jetzt kommt Mutter Gottes und kniet vor dem Engel. Durch bestimmte Verkindungen, wo der Engel Gabriel zurückgekommen ist. O kniet, Mutter Gottes, steht dort. Und der Engel Gabriel verneigt sich ganz tief herab. Und jetzt umarmt er sich. Und jetzt geht der Engel weg und Mutter Gottes schaut zu uns. Oh, winkt er da. Mutter Gottes, wir griechen dich ganz herzlich, du Königin der Engel. Oh, jetzt lacht er, Mutter. Oh, Mutter Gottes, komm zu uns. Und unsere Engel sind alle noch auf unserer Schulter. Wir grüßen dich, Mutter Gottes, ganz herzlich. Und liebe dich, so wie wir den Heiland auch lieben. So grüßen wir dich. Mutter Gottes, winkt er alle. Sie winkt uns. Oh, ist das schön. Wunderbar. Jetzt guckt er nach links. Von meiner Hand guckt er nach links. Und jetzt winkt er euch zu beim Herz Jesu. Und jetzt schaut er nach rechts von mir aus. Und winkt ganz schön, winkt er euch. Oh, Mutter Gottes, wir lieben dich ganz herzlich. Und jetzt kommt er zu uns rüber. Hey, winkt er, Mutter Gottes, wir sind deine Kinder. Verschreib uns tief in dein unbeflecktes Herz ein. Wir kehren dir mit Leib und Seele. Und jetzt gehen unsere Engel von uns weg. Und gehen alle unter Gottes um. Das ist schön. Und der Gott ist nie dran. Sie gucken noch mal jedes Ohr. Und hier um sie rum und hinten und nach oben rum sind alles voller Engel. Es gibt eigentlich den Vorteil, wie das sehe ich. Und jetzt gibt sie uns die Seele. Maria, mit den Kindern rief uns alle deine Seele. Amen. Jetzt verneiget sich Engel ganz tiefer, Mutter Gottes. Ihr verneiget uns auch von dir unbefleckte Empfängnis. Du wirst das Bild weg, aber die Helle ist immer noch da. Ganz hell. So was Helles, wie ich, denkt mir gar nicht, dass ich mir so was Helles sehe. Ganz um den Mund. Ich sehe heute Abend einen Strand. Sogar der Heiland in dem Mundstrand drin. Ganz hell. Das kann ich dir nicht vorstellen. Aber das will ich weg. Die Engel sind jetzt weg. Und jetzt beten wir den Heiland an. In Demut beten sich und verfolgen die Gottheit an. Es wird immer heller. Es wird immer heller. Frau Karin sagt es ganz hell. Das hat man sehen. Wir feiern uns jetzt schon. Also es ist eigentlich außergewöhnlich. Helle. Ja. Ja. Das ist kein natürlicher. Das ist kein natürlicher. Das ist kein Licht von oben. Ganz hell. Das kennt eigentlich nicht vor. Wie so ein Blitzstrahl. Aber noch heller wird es. Ja. Und alleartiges. Die sieht immer ein Strand. Ja. Ich normal auch nicht. Aber das sieht ganz deutlich. Also das ist kein leichter. Also heutzutage sieht man ganz deutlich. Ja. Und um sie herum hat sie so Edelsteinen. Ja. Und innen drin ist der Heiland. Oh, schön. Sie sehen, ich habe das erste Mal, solange wir jetzt eine Betung machen. Wunderbar. Oh, liebe Heiland. Verzangen wir dir die große Gnade, wo wir heute Abend wieder hin. Du bist wirklich der allerbeste Buskipp auf der Welt. Und ich grüße Gott. Ja. Die große Gott. Diese Erscheinung war am 30.08.1999.